Bleib nicht zurück! Huh! Okay, wach auf, geh doch auf, du! Geh doch auf! Jetzt lauf doch! Mann, warum? Hallo! Ey, warum läuft die nicht? Diese alte Schlampe, wirklich, die steht nicht auf, die läuft nicht! Rein hier, rein hier, rein hier, rein hier! Huh! 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 Alter! Es ist still! Boah, da willst du mit der alten wegrennen und du steht einfach nicht auf! Die alte Schraubmelle, Alter! Und will auch nicht anfangen zu rennen! War da gerade eine Stimme? Läuft die jetzt hier rum, oder? Wir haben ja leider keine Waffen zur Verteidigung, wir können höchstens mit unserem... Ja, mit unserem komischen Maulschlüssel jemanden umhauen, aber ansonsten auch nicht sehr viel! Ich trau mich mal ganz vorsichtig raus! Die Tür ist zu! Sind die jetzt noch da, oder sind die weg? Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie so ein riesiger Raketenantrieb! Von einer Rakete oder sowas! Die scheinen weg zu sein, ne? Wo sind die denn hin? Hä? Hier dann frisch gewischtelt? Tors Ruin! Ach, cool! Hier kommen wir nicht durch! Hä, wo sind die denn hin? Die haben uns doch eben noch verfolgt, oder nicht? Hier ist wieder ein Audi-Log, den hören wir uns gleich an! Leuchtfackel, Bindemittel und Komponente B! Das ist doch wundervoll! Und das nehme ich auch nochmal kurz mit! Und wir hören uns dann mal den nächsten Audi-Log an! Hör mir genau zu! Du musst sofort die Arbeit verlassen! Claire einsammeln! Die Katze abholen! Und nach Hause gehen! Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet! Ich hab diesen Typ gesehen! Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern! Der mit der Baseballmütze! Riecht komisch! Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt! So aus wie eine Waffe! Er hat direkt durch mich hindurch gesehen! Sprich mit niemandem! Niemand darf wissen, wo du hingehst! Ich werde sobald ich kann zu dir kommen! Also man merkt auf jeden Fall schon, es lief hier Stück für Stück alles außer Kontrolle! Aber wirklich, was hier von dem Alien ist irgendwie nie die Rede! Nur davon, dass alle irgendwie langsam durchdrehen, ne? Sag mal! Ich... Sind wir hier bei... Sag mal, bin ich hier bei Promi Big Brother? Oder was ist das? Hallo, kannst du das mal... Naja gut, okay, wenn die mich unbedingt filmen wollen, dann ist das eben halt so... Ich bin ja eine berühmte Person, ne? Deswegen... Ich kann das verstehen, ne? Ja? Aber die sind wirklich weg, ne? Guck mal, hier ist wieder eine Batterie! Ich bin frisch gewischtelt! Also dürfen wir da nicht lang gehen! Ja, wir könnten ausrutschen! Ähm... Hier können wir wieder eine Neuverkabelung starten! Okay! Lautsprechersystem, instabiles System, Luftreinigung! Was? Das nennst du Luftreinigung, Alter? Das ist eine Dampfsauna! Aber das kann man dafür nutzen, um nicht gesehen zu werden, ne? Eigentlich recht praktisch! Doof nur, dass das jetzt hier alles komplett eingenebelt ist! Ich kann nicht durchs Fenster durchgucken! Leider! Oh, die Aussicht ist schon geil, ne? Ich würde mir allerdings wünschen, wenn hier auch vielleicht mal so ein paar Galaxien zu sehen wären! Das wäre ja auch recht genial, ne? Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber wäre cool! Wäre cool! Alter, diese Kameras, ne? Da muss doch aber wer sitzen und uns doch die ganze Zeit, äh... Quasi beobachten, oder nicht? Eigentlich, oder die Kameras verfolgen einen automatisch, das kann natürlich auch sein! Ja, der Typ sieht auf jeden Fall gesund aus! Oh, Mann! Hier irgendwas? Jüss! Äh, nischt! Ne! Ach, guck mal, hier ist ein Automat! Ach, guck mal, hier kannst du dir sogar richtig Burger und so bestellen! Burger aus dem Automaten! Ob man das unbedingt will, ich weiß nicht! Und... Wat? Wat? Alter, wat? Nee, komm! Nee! Alter! Das kannst du nicht machen! Äh, die sind weg! Die sind einfach weg! Wo sind die denn? Die müssen ja irgendwo hingelatschen! Seien, das waren unsere Schritte! Ich hatte gerade schon Schiss bekommen! Ach, hier ist auch wieder Neuverkabelung! Seien, Start Neuverkabelung! Instabiles System, ich mach mal wieder Luftreinigung an! Könnte ja recht praktikabel werden, falls hier... Keine Ahnung, irgendwer verfolgt werden sollte! Beziehungsweise wir vielleicht verfolgt werden! Hier kann man das ja auch nochmal machen! Wie sie es vorhin nicht aufknallt, weißt du? Du versuchst da, jetzt zu sagen, sie erst mal... Rums! Auf damit! So, Luftreinigung an! Übrigens tut mir echt leid, wenn ich mich hier immer so ein bisschen umschaue, wobei... Nö, das tut mir überhaupt nicht leid! Aber ich will hier wirklich so viel wie möglich mitnehmen! Gerade wegen des Loots, weil wenn wir keinen Loot haben, also keine Sachen zum Bauen, dann sind wir hier in diesem Spiel ziemlich gefickt! Wo geht's hier eigentlich durch den Lüftungsschacht? Ich bin hier gerade einfach mal... Achso, da geht erst ein bisschen später auf! Ach, cool! Da ist nichts drinne! Hier ist auch nichts drinne! Hey, das ist ja... In die anderen Kisten können wir natürlich nicht reingucken, ist ja immer noch völlig klar! Und hier bauen wir wieder einen Plasma-Schmeider? Plasma-Schmeider? Einen Plasma-Schneider! So! Wieder zurück in den Lüftungsschacht! Kommen wir denn jetzt hier wieder hoch? Ja, kommen wir! Ich hab schon Angst bekommen... ...dass wir auf ewig dort drinne sitzen werden! Was sollen wir denn jetzt hier machen? Hier hatten wir alles? Ah! Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen! Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein! Ich muss nur eine neue Datenzelle finden! Okay! Hm! Da sind sie wieder! Ich versteck mich hier! Nein! Nicht töten! Äh... Knuddeln! Ist das nicht... Sie war unten! Oh fuck, die wissen von uns! Siehst du was? Moin, Leute! Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann! Was? Ich geh jetzt hier einfach mal stumpf lang! Oh fuck, da steht einer! Der wird uns sehen! Es sei denn, wir machen jetzt schnell! Ach, jetzt ist die Tür offen! Ach so! Okay! Okay, ab nach unten, ab nach unten, ab nach unten! Jetzt geht es ein bisschen schneller! Ja, sieht... Wow, sieht echt super aus! Ich hab leider gerade keine Zeit! Komm, 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 komm! Ich glaube, sie ist nach unten! Na los! Ich geh da nicht runter! Kommt nicht in Frage! So! Hier bleib ich erstmal! Sie hat einen Hacker! Das hat nicht funktioniert! Wir finden einen anderen Weg nach oben! Wir sind schon zu lange hier! Okay, die bleiben oben! Warum wollen die nicht nach unten gehen? Das würde mich mal interessieren! Das muss ja einen Grund haben! Und ich befürchte wirklich Schlimmes! Äh, sehr Schlimmes! Sehr, sehr, sehr Schlimmes! Überaus sehr schlimme Dinge! Äh, hallo Leute! Die stehen da noch einfach! Denken sich... Moin! Kommt der da plötzlich wieder hochgedackelt! Weil ich... Das war mit Absicht natürlich gewesen! Ich wollte einfach nochmal hochgehen und zeigen! Hier, Alter! Ich hab da einen Hacker, Alter! Du bist Lobob und so, ne? Ich wollte ja das nochmal richtig schön unter die Nase reiben! Deswegen... Das hatte schon alles, ähm... Seinen Grund gehabt! Ja! Was? Dumme Ausreden! Boah, das sieht schon geil aus, ne? Boah! Die Trümmer hier so lang fliegen, ist schon cool! Die Raumstation hier! Wobei ich wette, wenn man jetzt hier rauszoomen würde, quasi auch per Mod einmal rausfliegen würde... Ich wette, das ist einfach nur ein stumpfes PNG-Bild, äh, Bild... Sieht aber trotzdem geil aus! Naja! Was sollen wir denn jetzt hier unten? Also, sie... Wir müssen, glaube ich, den Hacker reparieren, soweit ich das mitbekommen hab... Ach, oh... Ja, natürlich! Haufenweise Zigarettenpackungen hier wieder! Ist ja völlig klar! Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hier sind ein paar Pakete... Und jetzt stehen die da oben die ganze Zeit und gucken nur blöd in den Gang rein! Naja, wenn sie es wollen... Dann bitte sehr! Huh! Nihihihihi... 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 Müssen wir da jetzt hingehen? Alter! Ihr habt das auch gesehen, ne? Das war diesmal kein Mensch gewesen! Oder ein Schatten oder sonst irgendwas! Das war... Ihr wisst schon was! Alter! Und genau das meine ich mit... Ich weiß nicht, wann das Vieh auftaucht! Das ist vorher nämlich... Als ich das damals mal gespielt hatte... Nie passiert! Und genau das meine ich! Dass es jetzt plötzlich einfach früher auftaucht... Und wir sollten jetzt sehr... Sehr, sehr vorsichtig sein! Und ich bin fast der Meinung... Ich will nicht unbedingt da jetzt hingehen! Ich würde sogar fast eigentlich mal sagen... Ich hüpfe einfach mal den Lüpfungsschacht rein! Ach, guck mal! Welch Glück! Welch Wunder! Naja, zum Teil nur! Ist ja sonst noch irgendwas Praktisches? Nö! Leider nicht! Aber ich hab grad echt ein bisschen Schiss! Ich hab grad richtig Schiss! Aber das liebe ich einfach an diesem Spiel! Das macht einfach diese Atmosphäre aus! Du hast einfach keine Ahnung, wann dieses Vieh auftaucht! Also du weißt zwar so ungefähr, in welchen Abschnitten es vielleicht kommt... Aber du hast keine Ahnung! Ist es im Lüpfungsschacht? Läuft es gerade rum? Wo taucht es als nächstes auf? Ach, du Scheiße! Gerät unzureichend! Na super! Kacke! Also doch dort hinten hin! Ich will da nicht hin! Mann, Alter! Da ist Vieh war da grad! Bist du bekloppt, ey! Das ist lebensmüde! Ich wär schon längst wieder abgehauen! Okay, gut! Oben stehen die! Hier ist das Monster! Fragt sich nur, was weniger gefährlich ist! Hier hätte jemand wieder eine gesunde Regelblutung gehabt! Watt! Warum geht der Automat an? Wahrscheinlich aus Respekt, weil ich einfach so ein geiler Macker bin! Hallo? Ähm... Ibims? Eins, Tobi! LOL! Ich speichere erstmal! Speichern! Boah, das ist auch immer so lange gedauert! Das ist ja schlimm, ne? So, komm! Oh, fuck, ey! Fuck, 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 Alter! Den Vogel kennt man ja auch noch aus dem Film! Was ist das denn hier? Der Revolver! Nice! Oh, yeah! Geil! Und hier ist ne Schlüsselkarte! Boah, ich denke, dass wir mit dem Revolver am Alien nicht sehr viel Schaden verursachen können! Warte, ich denke mal wahrscheinlich bei den anderen NPCs, beziehungsweise den anderen Leuten, die hier überall rumlaufen... Ich geh mal wieder in die Hocke, komm, das ist mir sonst nichts... Alter, hier ist ja ein Spiel, Mann! Warum? Schlüsselkarte benutzen! Ah, super, okay! Schieb mal rein, das Teil! Boah, nee! Nee, das kannst du nicht machen, Alter, das kannst du echt nicht machen! Das kannst du echt... Nee! 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 Äh! Okay, ja, gut, ich hinterfrage dies einfach mal nicht... Alter, die Atmosphäre, die ist gerade so dermaßen krass, ne? Wie das Spiel, die einfach so sagt, hey, Alien ist da, kann jeden Moment auftauchen... ...und es dich dann einfach so heftig... ...auf die Probe stellt? Versuch trotzdem einfach mal ganz vorsichtig jetzt hier durch die Gegend zu laufen, weil ich will nicht zu viel Krach machen... Ich weiß auch gar nicht, ob es das eigentlich hört, wenn man jetzt so ein... ...zum Beispiel so einen Stuhl umwirft... ...ich glaube aber schon... ...und hier ist eine Rauchgranate, beziehungsweise ein Bauplan dafür... ...das ist schon mal gar nicht mal so schlecht... ...hier ein Sensor... ...liegt auch über Loot rum... ...gute, da nicht... ...hier ist, glaube ich, auch noch eine Kiste... ...leider auch nichts drin, ne? Oh. Ja, ich glaube, der Typ ist... ...höchstwahrscheinlich tot... ...gehe ich einfach mal davon aus... ...oh Gott. Oh! Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich gesagt habe, das Spiel geht ganz langsam los... ...und wenn es losgeht, dann aber richtig? Den Punkt haben wir gerade erreicht. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Hier ist noch ein Bauplan. Wurde der erschossen, oder wurde der... ...er hätte natürlich auch aufgespießt werden können vom Alien, wie es mit Axel passiert ist. Ach ja, der gute Axel, das war eine kurze Freundschaft gewesen. Boah, Alter. Ich höre das wie ich, Alter, ich höre das. Ich habe es gerade irgendwie wieder in den Lüftungsschacht hüpfen gehört. Ich empfehle übrigens, das Ganze wirklich mit Kopfhörern zu hören. Weil es einfach viel mehr Atmosphäre hat. Komme ich hier rein? Oh Gott. Der Flugschreiber. Was? Was? Nein! Verdammt! Verdammt! Okay. Okay. Ich glaube, wir sitzen hier gerade ein wenig in der Falle. Würde ich einfach mal so behaupten. Boah, fuck, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ich kann mich hier auch nicht wirklich verstecken oder so. Was? Warum fliegen hier Funken? Egal. Und der Flugschreiber ist leer. Da sind keine Daten mehr drauf, haben wir gerade gesehen. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schlechtes Zeichen. Oh, fuck, man. Oh, fuck, 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 fuck. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Die Tür ist abgeriegelt. Gerät unzureichend. Fuck it. Ah, hier. Wir können mal den Knopf drücken. Und dann fährt das zur Seite. Das ist ja der Wahnsinn. Ach so, jetzt können wir... Ah, ich verstehe, glaube ich. Dinger fahren jetzt hier einmal rüber. Und jetzt müsst ihr hier... Was ist denn hier? Datenzelle aufnehmen. Ach so, ah, für den Hacker. Ah, geil. Okay. Und jetzt können wir damit jetzt die Tür hacken? Mal schauen, ob das klappt. Wir können... Äh... Ach so. Ah, und jetzt müssen wir... Ah, genau. Das war ja so irgendwie gewesen. Stimmt. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir hier die Zeichen eingeben, bevor die Zeit abgelaufen ist. Gut akzeptiert. Und die Tür, sie geht auf. Allerdings habe ich gerade echt ein bisschen bammelt, dass das Vieh jetzt im Moment um die Ecke geschissen kommt. Oh Mann, Alter. Fuck, fuck, fuck it, fuck. Fuck it, fuck, fuck. Wir haben ein ernsthaftes Problem, Leute. Wirklich. Aber ich will trotzdem nochmal gucken. Hier kommen wir nämlich jetzt auch rein. Okay. Tut mir leid, da ist die Neugier einfach zu groß. So, einmal den hier. Code akzeptiert. Und wir können eintreten. Boah, ist ja echt mega geil. Ich bin hier sofort weg. Ich will hier nur mal ganz kurz reingucken. So, hier ist nichts drinne. Huch. Hier ist wieder so eine Ausweiskarte. Und hier ist wieder ein Audio-Log. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns das hier angucken können. Ich mache jetzt einfach mal ganz schnell. Huch. Huch an Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter vom Tech-Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben bei Skopi viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf, äh, der Nostromo, den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war. Ja, das haben wir inzwischen auch schon herausgefunden, dass da eben halt nichts auf dem Flugschreiber ist. Und ich denke, wer den Film gesehen hat, der wird ja mit Sicherheit wissen, was da eben halt passiert ist. Wie ich es ja schon mal erwähnt hatte, wobei ich mir selber jetzt gar nicht mal so sicher bin, ob sie da wirklich irgendwas mit dem Mutterprozessor... Ich will da eigentlich gar nicht mal spoilern. Guckt euch den Film einfach mal selbst an. Ich werde es auch noch mal machen. Später Zukunft. Oder naher Zukunft, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt erstmal ein anderes Problem. Und zwar ist uns das Alien auf den Fersen. Und das ist ganz und gar nicht gut. Scheiße. Ich speichere erstmal wieder. Ich speichere erstmal wieder wirklich, Leute. Ich habe hier nämlich keinen Bock gleich irgendwie vernascht zu werden. Oh, scheiße. Nein. Abgeschlossen, abgeriegelt. Wir kommen da nicht mehr hoch. Wir kommen dort nicht mehr hoch. Wobei, wir könnten uns hier hinten nochmal durch die Tür hacken. Vielleicht finden wir dort ja irgendwas, um weiterzukommen. Übrigens, wundert euch nicht. Ich bin gerade mit Absicht wirklich in der Hocke. Damit uns hier wirklich das Vieh nicht hört. Weil ich, wie gesagt, eben halt keine Ahnung gehabt, ob das jetzt hier rumläuft oder nicht. Sicherheitszugangsgenerator... Verwenden. So, hier ist das Signal. Einmal den. Einmal den. Und einmal den hier. Und Code akzeptiert. Und die Tür öffnet sich. Bruder, das macht mich ja echt immer verrückt. Weißt du, wenn du in einem Horrorgame irgendwo durchlaufen musst. Und die ganze Zeit Alarmanlagen am Blinken, am Läuten sind. So, nochmal kurz die Wasserlinik. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier jetzt ranzugehen. Ein Audio lockt, wo keiner da ist. Zubehör. Ist auch nichts. Gut, wir gehen weiter. Hier ist noch eine Kiste. Die mal wieder leer ist. Wie auch sonst. Wir können ja inzwischen ja auch schon wieder craften. Allerdings haben wir, glaube ich, gerade andere Probleme zu reden. Werde ich das erstmal im späteren Verlauf vollführen. Das waren unsere Schritte, ne? Die Musik hat aufgehört. Hier können wir was machen. Die Musik hat aufgehört. Die Musik hat aufgehört.